Das ist Jean-Claude Juncker. Er war von 2014 bis 2019 als Kommissionspräsident einer der wichtigsten Politiker der Europäischen Union. Und das ist Viktor Orban. Er ist seit 2010 der ungarische Regierungschef. Er regiert Ungarn fast im Alleingang. Manche würden sogar sagen. Orban ist nicht wirklich ein Diktator, aber Ungarn ist momentan eine Art Sorgenkind der EU. Denn es möchte sich nicht an einige Regeln halten. Doch was sind die Konsequenzen, wenn sich ein EU-Staat nicht an die Regeln hält? Und könnte Ungarn deshalb aus der EU geschmissen werden? Die kurze Antwort, nein. Ungarn kann nicht einfach so aus der EU geworfen werden. Aber bevor du das Video wegklickst, möchten wir dir noch erklären, warum es schwierig ist, Länder wie Ungarn dazu zu bringen, sich an die Regeln zu halten. Die EU basiert auf Verträgen und Gesetzen und es gibt Möglichkeiten, Staaten, die sich nicht an die Regeln halten, zu verwarnen oder auch zu bestrafen. Aber das ist gar nicht so leicht durchzusetzen. Schon beim EU-Beitritt müssen sich die Mitgliedstaaten zur Rechtsstaatlichkeit verpflichten. Rechtsstaatlichkeit heißt, wenn es Streit gibt, entscheiden unabhängige Gerichte auf Grundlage der Gesetze und die Urteile der Richterinnen und Richter müssen befolgt werden. Niemand steht über dem Gesetz. Die Situation mit Ungarn ist so. Durch den Krieg in Syrien sind ab dem Jahr 2015 Hunderttausende Menschen nach Europa geflüchtet. Um die EU-Länder an den Außengrenzen zu entlasten, hat die EU beschlossen, die Menschen auf alle Mitgliedstaaten zu verteilen. Ungarn wollte das nicht. Der Fall kam vor den Europäischen Gerichtshof, das höchste Gericht der EU. Und die Richterinnen und Richter haben entschieden, dass Ungarn Geflüchtete aufnehmen muss. Doch Ungarn will sich auch an dieses Urteil nicht halten. Wenn sich eine Person nicht an die Gesetze hält, muss sie Strafe zahlen oder kommt im schlimmsten Fall ins Gefängnis. Ein Land wie Ungarn kann natürlich nicht eingesperrt werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ungarn zu bestrafen. Die schärfste Maßnahme, die die EU setzen kann, ist das sogenannte Verfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge. Im Fall von Ungarn hat das EU-Parlament den Rat, also die Staats- und Regierungschefs aller Mitgliedstaaten, bereits aufgefordert, ein Verfahren nach Artikel 7 einzuleiten. Am Ende könnte Ungarn sogar seine Stimme im Rat verlieren. Das Problem, diese Entscheidung müssen alle Mitgliedstaaten im Rat einstimmig treffen. Polen würde aber nicht gegen Ungarn stimmen. Denn auch gegen Polen laufen Verfahren wegen Verletzung der Rechtsstaatlichkeit. Der polnischen Regierung wird vorgeworfen, dass sie ihre Richterinnen und Richter nicht unabhängig arbeiten lässt. Um dagegen ein Verfahren einzuleiten, bräuchte es wiederum die Stimme Ungarns. Aber Ungarn und Polen werden sich gegenseitig schützen. Kein Land kann aus der EU geworfen werden. Das geht nur freiwillig, wie wir spätestens seit dem Brexit wissen. Die aktuelle Situation zeigt die Schwächen der EU. Sie kann und soll nicht alles regeln. Bis vor einigen Jahren war es undenkbar, dass sich ein Mitgliedstaat nicht mehr an die Grundregeln halten möchte. Eine nachhaltige Veränderung der Situation kann es ohnehin nur in Ungarn selbst geben. Die Ungarinnen und Ungarn haben Viktor Orban und seine Politik demokratisch gewählt und dreimal wiedergewählt.